ich komme noch nicht ich komme ich bin auf dem weg macht auch nicht machen noch nicht warte noch nicht noch nicht ich brauche noch dran für mehr erfahrungspunkte eine sekunde ag nämlich stehen ja wie geht es da ich hatte sein schild angemacht war eine urteilt eingeführt nein bin ich an den gesprungen darauf in meinem beben rein momentan momentan spork das war sehr wichtig mit meiner ultimate da habe ich was seine stories dass er so für den lohr hat hier oder ist er einfach nur da das bestimmt der fetter von den leb oder so ja genau wir machen weil er ein echo ist ja dann haben wir ja das soll schon mal erledigt man gibt es ja nicht allein ist noch mal so als postkampf jetzt den hatten wir schon als echo ja aber so als so wiederholbar anbost halten aber sie sollten sich ja kater mein gott wirst du mal betäubt ausgeteilt aber war handschuhe vermagte sind aber einzigartig aus das sind genau die gleichen die ich jetzt schon ab nur als stärker ausgezeichnet da kann ich ja mal die werte vergleichen ja ausgezeichnet 12 12 121 natürlich mal die handschuhe von dem nehmen und noch mal hoch upgraden ich habe den selben einzigartigen nur als stärker bei mir auch gegen schon zum aufwerten bedeutet jetzt muss sich den aus und herst 14 punkte stärke hat aber die dinger sind schwächer weil einige der fähigkeiten sind schwächer es hat denn ich dachte alles wäre stärker ich glaube ich will abwehr glückste fachung ist wer wissen wie wir es ja immer noch nichts mit diesen dingen auf sich hat ne hier wo war einzigartige gegenstände auseinandernehmen ich habe ich dann lieber davon bekommen warum das sein wie das funktioniert kommt wieder wenn ihr etwas braucht da sollen wir die eisbärs hier noch mal versuchen ja aber da muss ich noch ein paar kräuter dann kommen wir mal schatten widerstand habe ich jetzt 70 schatten auch gemacht weil sie nicht schaden gemacht hatte gift und feierwetter er wohl nicht haben da sind die einzigen die ich vor wenig habe ich bin mal so ein gift trank also ein eistrank und so ein räucherwerk geiles für alle spieler in der nähe dem widerstand gegen alle chance an um zehn prozent den maximalen widerstand die alle schaden sahen um ein prozent ein prozent geil also gern 71 maximale eisschein so noch nicht über datier wir spielen in der nähe blitz kälte und gift widerstand sturm der wildnis perfekt das gleichgewicht und dann gucken wir mal braucht schnell sechs jedes kälte widerstands gibt es da irgendwas was auch alle will ich einnehmen dann denke ich denke daran wir müssen ich weiß ich hole ich hole mir die erst mal okay ich habe die noch nicht bei dir bei dir weiß ich nicht dann ich hinterfragte aber gerne genauso wie ich manchmal irgend so einen sinnlosen scheiß meistens stärker potente sogar berauschen ist das wusste ich mal jetzt was ich brauche lassen brauchen wir sechs hier spitz widerstand 30 6 und 5 25 ja ich bin ein für kälte widerstand noch so da ich die zwei tränke ok ich bin ja schon mal garantiert etwa pass auf excel spielen könnten ja das auch stimmt ja da zwar noch ewig bis da rauskommt aber ich bin noch nicht bereit ja dieses jahr kommt erst mal die beta aus ja die beta die schmiede ist heiß was mit lords echo kommt dann auch für playstation aus also für pc das ist nur für pc das ist nur für pc ich habe lasst echo gesagt er lasst echo dann ja das ist ein pc oder tablet ja gibt es nicht für konsole die schweine ich habe gesehen warte mal was hatte ich mal auf 75 nur vielleicht geblöde frage aber funktioniert die noch mit die klassischen fünf kann man da hin mit dem mit ihr hier so wie es wäre spiel internetkabel was damit er kann man da bei dem ding benutzen oder ist das nur plan kabel ja klar habe ich auch vielleicht funktioniert hat ja nur mit wlan das verkabel so weit weiß ich ja nicht mehr da kann ja sein du warst ja dann die zukunft des wlan ich hatte ja ich hatte auch vorher wlan aber die verbindung wald kacke deswegen habe ich jetzt kabel ja bei uns in der wohnung ja es hat viel schneller jetzt vorwahl vorwahl vermisst die ganze an am haken und so begeistert von wlan sind ja damit über halt über jetzt mit hingehen kann sie ich würde immer lahn machen dass eine stabilere verbindung nicht hingehen ich glaube ich mit der kondole irgendwo ja weil ich weiß ich mal den köpfen von anderen leuten hingehen wir haben einfach nur kein kabel mehr geil mehr luxus nehme ich mein gott alle meine werte sind immer zehntausende angriffsstärke rüstung leben ja das ist 18.000 bei mir auch außer rüstung rüstung ist bei mir auf 11.000 ich habe nur 6200 aber habe ich dabei habe ich alles maximiert ja ich habe irgendwie dieses eine dinge wie wo ich mehr ja ich möchte ich bekommen durch ein ding 4100 aber würde ich auch empfehlen da gibt eine menge rüstung ist was mir fast mehr als die hälfte von weil ich schon normalerweise hat die herstellen ich bin ja nicht ich muss eigentlich auch genug haben hier ja ich kann auch sechs stück herstellen jetzt drei kann ich mir erstelle mache ich war eins in meinem mental war ich ein überflüssiges hatte die zweite phase überstehen sollen dann müssen wir die ganze zeit die komischen werbel darin bleiben ja mal schauen wir können es aber versuchen und zu sehen schlimmsten falls schaffen wir ja nicht und nur ich weiß nicht wieso dich darüber freut dann dann ist halt emotionale der füllt überhaupt nicht sehr sich laut ach die können also effekte haben ja so monster kälte schaden monster leben trankbrecher ich gerade kann man da mal los ich bin bereit zum abkassieren das mache ich dann schon ab prügeln kommen wir abläuft ich habe immer probleme mit diesen einen angriff wenn irgendwie so eisspitter vom himmel regnet und dann kommen wie in seiner kreuzform die dinger ich kann dem nicht ausweichen ich muss bessere anscheure kennt mir nichts in der luft gestorben der hat und japan wird gemacht wie du er hat sich abgeschossen vor der gelandet ich habe nichts zu ich auch überraschend keine genossen das ist aber ein großes schwert wird hier liegt die sind gerade aus der erde raus die vollmacht realisiert hat mehr der leute kommt her 1 1 oder ich wollte nur noch einfach hier durch das dann schon durch diesen überleben ein zuckermännern ja einfach so bis zum ende nur gehen ein bisschen mehr gegner als bei den körpermännern weiß was du meinst ich bin persönlich ein bisschen schäpfung darüber leben glaubt sie dann weg gehen wenn wir den ort erreicht haben von dem boss eine deutsche lichte gegner das letzte mal level 90 oder so gar nicht er war ja schon in der letzten phase mal sagen das war die letzte phase der letzte phase erreicht wir sind gepustet und wir sind gestorben gefährlich ist wenn der darauf springt ja ja er ist aber schon er wird auch tränke elixiere mein gott so lang gedauerte ja zwei minuten oder so berauschendes gerät die widerstand sturm der welt ist habe ich dadurch ja den erwendung erhöht für alle spieler in der nähe kälte und schatten widerstand also ich 78 kälte widerstand und jetzt machen den platz und jetzt hast du das jetzt ich habe dauer die wird 78 ja 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 nein also wir haben ja noch nicht vielleicht haben wir ein bisschen genervt nachdem achte das ist eine barriere beim letzten mal nicht mein gehirn kann gar nicht so schnell da ist ein fahrt wo du hinten rutschen das gibt immer eine stelle wo das nicht jetzt kommt die phase mit der ich nicht klar kommen weil ich nicht schnell genug bin ich nehme definitiv weniger schaden jetzt war ich auch schon 70 schaden aber jetzt habe ich 78 war der schild hat er absorbiert es kommt das stück da bin ich ja voll anleiten ich bin noch nicht er macht vier mal ich bin noch nicht bereit habe ich mal kollege das war mal ganz in diesen dingern ja verstecken habe ich gerade gemerkt aber er hat mich er hat mich warum nehme ich nicht so viel schaden nein nein wirklich ich bin noch schwerer kann man nicht treffen müssen wir mal heim was auch wenn er sich wieder direkt unterkommen gefreut o ich habe hinterlassen tränke oder ja dann ist das auch der komplett runter ich habe mich irgendwie nicht gerade ich bin hier die ganze zeit am sterben probleme und da habe ich weniger schlichte gesagt aber alles schaden da muss mehr den angriff macht er auch hier drin ist klar ja ich bin eingefroren ok ich muss mal hat doch ein bisschen nerviger abgeben was gewinne ja ich muss so hatte ich ein schild gerade wir schaffen war ich sterbe nicht so schnell hoffentlich ich gebe ihn erst gleich betäubt dann gehen wir ihn voll haben betäubt dich vor hier kann man die stadt ich stehe durch dem ich nicht stehe wir war erfolgs erlebnis ich habe vermachte das beinschutz noch nicht aber besser was hat er allerdings kommen auch vorbei an anscheinend 2 82 ich habe eine hand ich habe für die beine bekommen ich weiß ich nicht das ist wieder so wende mit mir schade verursachen zufällig zwischen 1 und 200 prozentig als normalen schadens ich habe ja was einzigartiges für meine beine bekommen hat voll stark ist maximales leben alle werte plus 15 wiederstand gegen alle schadensarten den würde ich da auch empfehlen wenn du den bekommst ja ja wir so ein bein teil tasetten des morgen jemals alle werte plus 15 plus 8 prozent widerstand gegen alle schadensarten plus 840 maximales leben und effekt ist wenn er schaden durch eine nicht physische schadensart erleidet erhaltet ihr sechs sekunden lang 11 prozent maximalen widerstand gegen diese schadensart also sehr defensives teil der anscheinend das wäre ich definitiv tragen und dann völlig aber ein bisschen rüstung weil ich ich habe für mein pferd bekommen eine schädelfackel wir haben ihn besiegt dann schade ich habe den ring leider nicht bekommen oder ding welch definitiv ausrüsten da verleihe ich jetzt aber meine 4000 rüstung durch was ich gerade erzählt habe hier mit dem entrinnen und so ich glaube es besser so maximal so wenn ich noch mal versuchen wegen den drops kann man bei den können ich ja auch voll direkt noch mal aktivieren kann sofort ja immer irgendwie weil nicht dazwischen noch knapp ich habe irgendwie diesmal schlechter ab ich weiß nicht ich habe irgendwie mehr schaden obwohl meine menschen eisschaden erstmals das ding voll auf ihr schmiedekunst ich will sehen wie hoch das ist kann ich an auch geballert alle werte plus 23 er war das kommen ein gift wieder schon ist jetzt auf 50 da war irgendwie auf 20 vorhin noch oder auf 38 deswegen den trinken also ja und da hat sich zwei sekunden lang 45 beschwingungsgeschwindigkeit natürlich kann man ja noch mal machen wir müssen ja wieder neu siegel aktivieren das ist meine rüstung aber auch auf 6100 leider ich gucke mal ob es in ein effekt irgendwo anders reinpacken kann und ich weiß nicht ob die räucherwerke bis und so lange noch halten dann müssen wir noch mal ein erstellt da stehe ich mir noch mal ein herr gleich ein bisschen geht er noch was wollte ich machen hier das eingeprägt ich habe noch so ein effekt aber mit weniger hier gibt es keine hexerei nur ehrliche magie aber ich bin da drei eine stiefel ja also noch mild an sich kann da kann ich nicht ein kopf boss kopf brust und bein ja ich habe mal für diese räucher dinge also und für die tränke anscheinend auch nicht also nicht irgendwie sachen ja so umwandeln irgendwie so ich weiß nicht wieder funktioniert das städte und leistung gehört mit handwerker klamotten handwerken materialien naja das was ich weiß genau was du da brauchst besondere ich weiß auch nicht was ich erstellen muss nein da muss ich mein erdbeben ding schon wieder wegpacken ich hätte aber lieber gern die beteiligung die aufgrund der trainiert sich haben wir ja so wie erzielt haben sonst wirklich fühle ich mich wieder sicher ich brauche ja ich brauche teufelsrose habe ich nicht gar kein anderes räucherzeug kann ich mir nicht mehr stellen ich habe nicht genug unkraut dafür ich kann mir andere sachen aber die bringen mir nix hier kann ich mir auch nicht mehr stellen da kann ich darüber handeln wenn wir noch hier doch davon kann ich mir von dem kälte wieder also ich habe meinen kälte widerstand trank hergestellt und den gegen kälte widerstand ja ja da habe ich ich habe mir aber ich habe mir sturm der wildnis habe ich mir gemacht ja für die kälte widerstand da habe ich keine materialien und wird er denn nicht immer wissen wir jetzt teufelsrose habe ich nur eins teufelsrose kann es ja gar nicht gar nicht runter so teufelsrose kann man das nicht die gruppen einladung wenn ich gruppen einladung ein an 100 ich glaube nicht mehr das war nicht wo die sind die sachen wir sind irgendwie anders irgendwo verstaut irgendwo sehen wo man die herr kriegt ich weiß wenn man da hinkommen da teufelsrose das während der hirnflut während der höhlenflut ok ich weiß ja nicht ob das schon reich wenn ich mir den herrscher ob du an au dem bonus bekommst alle spieler von dem gewürz reich hat doch nicht mal wenn wir abgelaufen ist dann aktiviere ich meinen kannst mal deine werte überprüfen ja und sehen wir das ja noch durch sturm der wildnis und kälte tranken branchen ist jetzt mal weniger schaden genommen weil ich jetzt mal ein anderes rächer zeigt gegen alle schadensarten nicht nur gegen kälte widerstand benutzt ich habe war rasch und wenig schaden genommen außer wenn ich hier paar mal hintereinander angegriffen wurde von denen sein angefangen der rüstung hat sich da jetzt natürlich nicht mehr aber ich weiß auch nicht ja doch jetzt ich habe da wieder man sich noch ohne den effekt darum ich leben zu wieder hast du darüber nachgedacht ja ich habe jetzt irgendwo anders eingepackt also in 4000 rüstung hallo ich hoffe nicht ohne damit warum ich leben zu wieder dann sterb ich habe ja auch voll schnell ich muss warten ok jetzt aber noch aktiv und kälte widerstande aber rat räucherling wird ablaufen bis dahin ja kann auch versuchen das schnell durch zu lang dauert er bei mir noch sieht man irgendwo siegel herstellen gletscherspalt gletscherspalt und zur kälte schlagen lehner hat immer die gleichen anscheinend gleichen effekte wie vor mein ding hergestellt mein kräuter nicht mehr als genug materialien sammeln wenn ja nie vorbeiläuft jetzt kriegt er ja so ein bisschen oder so war der leder und sowas weiter folgt anderes layout jetzt gerade dann will ich mir noch ein haben wir nicht von links gestartet vorhin passiert dann war ein paar durch der clan aus dem weg jetzt hat auch ja mache ich aber also nebenbei ein paar gegner meiner ramme und so zum weg und wenn man kreise da unten da gab es man da oben lang was legendäres damit da ist noch heilig weg damit ich bin noch nicht bereit geht mir aus dem weg ich bin ja richtig ja ja ich habe es gewonnen gelang weiter nach oben wenn man weiter nach oben ich frage nur den legendären so ja das ist ja noch nicht abgelaufen ja meine auch noch nicht weiß ich wie lange er noch hält ja wie guckt man da nochmal nachher steht nicht wie lange er noch 78 kälte widerstand ja das war gut ich kann ja nicht rein ja ja also noch mal der ganze wird meine ursprung wir haben nicht raus ich muss war das ist ja natürlich wenn wir nicht auf mir drauf so meine ganzen sprung angefangen soll lieber auf die bahn er mich aus den tonade rauskommen aber mein gehirn kann nicht so schnell funktionieren ich kann nicht schnell so schnell genug entscheiden wurde das ding aber er stadt ich bin noch nicht ich bin tot aber nicht ich hab's noch geschafft ich muss wachten ich muss wachten oh ja schon kommen ja schon pf 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 ja dahin sollen kann sich so ein bisschen verstecken springt wieso werden wir raus hinter den sollen bis sie davon ist sie ganz sicher dahin wir müssen auseinander gehen wenn dazu am regnen ist ne sorge für uhr hatte jetzt zweimal eingetreten also los ich brauche ja da war voll viel schaden gemacht dieser regen ich habe nur noch eins ich habe keine mehr die phase erledigen minibus er hat sich immer darauf werde ich sterbe ein dauer was soll geblasen ich habe ich da du stück ich bin tot ja ich habe nicht mal so gar nicht ja rot er springt dann gehe ich ja man stellt hat mich geschützt warum an wir brauchen gleich ein paar das blöde mongo macht erlaubst du schafften wir das nicht gleich tode ja ich bin dort schon mal dann gesehen wie hat er so gut wie kein schaden gemacht ich habe immer eine barriere irgendwie zum richtigen zeitpunkt ausgebildet ich muss ich dachte ich noch nicht einfach so sterben ich glaube ich auch jetzt schon so freundlich fragt macht der anschließend wieder mit dem ring haben zum teufel das hat schwert von ich habe ich habe den ging gekriegt zum teufel steht ja es besteht eine chance von bis zu zehn prozent alle die wodurch der nächste angriff jedes die das explodiert und 20.000 physischen schaden verurte ich bin kann ich bin zwar kein neko meins aber er klingt vielleicht gut ich habe wieder einzig hatte geschwert weil ich schon hat da verstehe ich nicht dass es 917 gegenstand macht aber ich habe 914 aber das schwächer also nicht hat volle meere hoch baller hat dann stärker ich weiß nicht ein stecker in sauerstadt gekriegt macht blöd kann man ja auch hochleveln hier wir haben den drauf alles klar die wieder gegen den kämpfen hervorragend aber ein ring schon hat ja drauf würde ich das jetzt noch nicht sagen das war sehr knapp ich muss warten band des armsturms soll ich damit soll ich das schwert jetzt hoch baller ich muss warten ja dann stärker sein also jetzt stärker ja ein paar stärken paar werte stärker da steht auch schon mal von der gegenstands macht hat ursprünglich hatte der schaden davon ist schwächer aber die effekte sind der stadt der schaden ist stärker aber die effekte darunter sind schwächer schaden aber ich mag schaden den schaden der waffe dann wird er wohl ausgerechnet hier die anderen sachen schwächer sind oder funktionierter so eigentlich beiden wieder nein siehst jetzt aus ich möchte mich einfach nach der gegenstands macht ich bin noch nicht bereit ich bin noch besser als equipment habe ich sorge für ein paar einzigartige sachen noch nicht ich muss warten wir sind jetzt bestimmt die stärksten leute in die ab da muss ich doch nur geld ja da war ich denn noch nicht war der einzigartige ist am kopf nebenbein und drei meiner waffen und amulett da ist noch etwas luft nach oben ich will noch mehr ich will noch mehr davon nicht solange ich in der stadt bin der ring sehr gut ich bin noch nicht bereit aber am nächsten mal ja von dann schon 16 jahr solo in 123 habe ich noch mal ein feuerwiderstand dann ist der auf 67 das auffall fast maximieren ich meine meine widerstände an der blitzkälte und schatten auf 70 prozent das auffallt das auffallt Vielen Dank.